Guten Abend, meine lieben Abonnenten und ja, da mir momentan ziemlich langweilig ist und ich gerade bei einem Kumpel bin, beim Ron, den kennen ja wohl einige langsam schon, ähm, ja, nehmen wir jetzt hier Slender auf, also ich hab mir ja Slenderman Shadow gekauft und, ähm, ja, da will ich jetzt, mich jetzt die nächsten, ich glaube, acht Tage, ich weiß nicht, wo könnt ihr hinkommen, acht Tage immer, ähm, am Abend, so gegen 20, 21 Uhr, halt, ähm, so ein Teil davon. Und ja, fangen wir mal an. Übrigens, sorry, falls die, unsere, ähm, Einstellung mit der Sprache zu leise ist, aber wir saßen jetzt echt schon fast eine Stunde dran, ähm, wegen den ganzen Einstellungen. Zuerst wollten war ich nur mit, ähm, Dings da, mit Facecam machen, aber das hat irgendwie Camtasia nicht richtig aufgenommen und so alles. Und ja, und ja, fangen wir denn mal an. Übrigens, ja, sehr schön. Äh, übrigens, wir, äh, darf ich jetzt mal bitte? Übrigens, wir werden immer nur eine Runde aus einer Map aufnehmen und, äh, ja, wenn da halt scheitern denn, ist vorbei, dann, ja, ist die Aufnahme. Aber dann, das kann eine Minute dauern oder das kann 8 bis 10 Minuten dauern. Olde. Okay, jetzt ist man laptop-richtig. Ja, wie deine Gruppe jetzt portest. Ja, alter, das. Übrigens, äh, wenn ihr mal sehen wollt, wie sonst Lenden in der Wand festb�t. Ja, dann, äh, sagt. Also schreibt's mal mir in die Kommentare. ja ich hab die Datei noch ey warum warum reagiert die Maus so scheiße ja genau davon habe ich auch noch eine Datei warum Frame Einbruch das Spiel müsst ihr ohne Scheiß mal euch runterladen gibt ja Demos oder Cracks ja natürlich habe ich mir die lizenzierte Version gekauft Out of Sign kein Plan nur irgendwas meint heißt Gewöhnt glaube ich oder so Subdance Gewöhnt oh ne Pepsi Give me Pepsi das ist Alter was ist da in der Enke drin Alter übrigens ich kack mal in Closed on ey alter das ist hier gibt es Eismann Mitten in in da weiß ich gar nicht wo sind wir es war mal das heißt Sanatorium also ne Sanatorium wo ist das keine Ahnung so ein Krankenhaus ist das Alter der hat es aber echt schön im Tisch festgepackt alter ist ja es ist ja jetzt nicht schlimm oder so finde ich der Mann das Spiel Scheiße oder unfair ja das ist total glaub an die physikalischen Kräfte machen alter Jo also erste Runde schon beim zweiten Ding gescheitert mal sehen ich hoffe die nächste wird besser um ja danke fürs zu gucken und wartet bis morgen